ansonsten pit stop spielen wir nicht die andere spielen wahrscheinlich öfter oh da geht er, oh da kommt noch, da kommt noch, da kommt noch, kommt nicht, oh da kann noch, oh warte doch 420 alter du kannst nirgends einkehren und dir irgendwo was holen und das kotzt mich an ich wusste es alter ey man ey wieviel damage habe ich eigentlich ey 149 ey wir schließen jetzt die schallstufe und ich sag euch es wird nix oh gott im mädchen alter, damage, oh mein gott der war mein damage verdoppelt, mehr als verdoppelt doch wird das, was zig ist schon beste waffe in the game ey ohne scheiß one bounce, five bounce, three bounce, seven bounce, falsche reihenfolge war schon immer die beste waffe in dem game das war es halt echt ey, das wär fast der quadrablick worden ey ja long dark wird denke ich ende des jahres dauern bis die season 4 kommt aber ja ihr keks alter ja ihr keks ey what the fuck alter what the fuck ey ja jetzt aber halt kein wind und single shot also beschwör euch mal dann nicht warum man denn in die lobby kommt ey ich war ja gewillt was zu ändern ich könnte jetzt erklären warum ich könnte es tatsächlich kurz machen aber das führt hier alles ein wenig zu weit an oh lol alter pok pok pok, das ist, das war nice aber da war leider kein crit ne, deswegen war es auch eigentlich kaum damage und niklas delivered wieder dann hat man reine auswendig lernen klausur, zwei stunden und 200 punkte das war gut das war gut, ja da war mir noch ein critz dabei ähm die ging aber da waren fünf neue fragen dabei die so noch nie drankamen und auch tatsächlich nicht mal so direkt im skript stehen eine Sache steht gar nicht im skript oh lol alter oh mein Gott dann nimmt er das mal drei einfach beim runterfliegen nach am six bounce mit ja holy ding, das target ist ja so groß, dass er es automatisch mitnimmt ach geil, die fischer sind immer noch da hopp, komm bitte flieg einfach ach, ach du scheiße der niklas spielt doch mit man sieht halt nix nein NEEEEEEEEN pfff guck dir mal an ey der hätte ihn doch eigentlich locker killen müssen der ist doch voll durch die map ey guck dir das mal an, jetzt sieht man es nimmer ne, aber wtf wenn du so ein set kassierst denkst du ein geile neues set, ich bin fit und dann kriegst du einfach ein brett und drei minuten spät ist das set schon wieder rum das waren dann 66 mal 4 äh, achso, Lieblingsyoutuber, aktuell, aktuell, das schwankt ja, das ist ja immer weniger Motivationssache ich war ja früher komplett piz, bin mittlerweile kaum hab das gesehen, hab das nochmal gesehen, mich verarschen der ist jetzt zweimal durch die gleiche map geglitscht, der echt jetzt zweimal durch das stück ha, ha, ha ha, geile aber das auf Basis von Corona zu machen, dass die Leute geimpft sind äh Vorteile genießen können, das ist eine Frechheit das ist eine Frechheit weil es wär keine Frechheit, wenn für jeden Impfstoff da wäre so was hab ich in der Zeitung gelesen wie gesagt, ich informiere mich da nicht viel, weil mich betrifft das alles nicht du alter kleiner Cheater, alter ha, 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 ha what the fuck, alter hab ich Lego bestellt, muss ja seit sieben Wochen warten, aber die Teile hinter mir werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, viele sinds nicht ne, das ist im Endeffekt das was ich noch verbauen muss äh, es sind glaube ich in der Summe 26 Teile die bestellt hab ein paar teile zu viel ich habe nämlich diese diese roten zweierstäbe diese ganz kurzen roten stäbe davon habe ich glaube ich muss zwei gebraucht aber fünf bestellt weil du weißt nie fällt einer runter saugt einen ein findest nimmer verschlamperst ihn weißt du weißt ja nie gerade diese kleinen scheiß dinge mutter fack wohl oder sich bei uns mit blunder das wird er nie auf sauerstoffbeuter und ja gut so ist ja vor pfingsten ist es nach pfingsten sowas habe ich mal wusste jetzt nicht meinen ich wäre immer dumm aber ich bin so was kirchliche thematik angeht absolut raus so ein scheiß muss erst einmal machen hier ja hier highlights so schaut es nämlich aus ich wollte eigentlich auf bollern wie heißt denn überhaupt bollers gehen da wo ist mein komischen datum muss dich dann immer daran erinnern kannst du so weißt am jahres anfang der sind das und das und das muss zahlen ok nice shot nice selfie alter ja was haben wir gerade alle drei gericht links ich gehe nie wieder auf ein movie ich bin einfach drauf gezogen ey dass ich die scheiß hausarbeit mal schreiben kann bis zum 15 15 glaube ich die erste deadline gibt drei stück kannst du allen drei abgeben muss ich jetzt schon durch haben oder wird rumpacken das ist echt wo er geworden gerade jetzt mit uni und sowas fehlt die zahl alter geil 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 ich bin der spaß das ist so eine traurigkeit an waffe ne einen geilen shot und wird nicht belohnt naja gruppen arbeit machen vor der uni aus übersuchen richtig bock drauf weil einfach so komplett sinn sinnlos ist nee war das dieses sonder also jetzt kommen nein ist beim achten da war samstag das war das war ich wollte die backplate mit lösen dass ich nur das pcb rumliegen und das front cover und die tasten was weiß ich was schön mit dem dampfstrahler drüber gehen die tasten in waschmaschine spülmaschine je nachdem und dass ich nur das pcb hier rumliegen habe ja geht aber nicht das ist anscheinend verklebt oder wie auch das ist neu geglitscht ja leckten am arsch alter das ist aber noch nicht oft passiert dass das passiert was der fach du wichser du wichser du wichser blöder wichser alter nepp mal ein abbraller alter mann was ist das denn hier big fucking f alter ohne scheiß ach mann ey jungs jungs das war nicht geplant aber das war ultra geil aber was hallo super ripsor vielleicht nein Nein, 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 nein. Oh yeah! Das ist so... Das war eigentlich schon frech, dass ihr noch in die Backwall ging. Ich kenn die gar nicht mehr. Ach so, ach so. So, das macht es gleich auch noch. Jetzt schaffe ich die wieder nicht, Alter. Doch, geht doch. Möglich ist es noch. Scheiße, Alter. Das ist das einwachsende Target der Welt. Was ist das denn, Alter? Doch, das kann man sogar. Pass mal auf. Ich brauche einen Spray nämlich jetzt. Ja. Ja. Was machst du keck, Alter? What the fuck? Kaktus-Drei können auch funktionieren. Ich muss irgendwie in den Bumper gehen. Oh Gott. Ja, warte. Alter. Vollmanns 250 glaube ich. Ja, ist aber auch in Ordnung. Haben wir noch. Ich spiele mal Napolm. Boah, haha. Geil. Alter, da bleiben noch fünf Drohnen übrig. Fünf. Nach zwei Shots. Pyro, wenn ich es bekomme. Da müssen wir aber auf Tourist starten, ne? Ah, oh, es geht. Das brauchen wir auch kurz. Das müssen wir kurz probieren. Ja, viel zu hoch. Na ja. Na ja. Help. Ach du Scheiße, Alter. Fast first shot. Ach komm. Ich will die Gaudi. Guck ich will mal kriegen. Wir schreit dir. Gar keine. Bruh. ich muss ich schaffte es mit der drohnen mission nicht selber zu können ich habe immer schon zicks bei uns das lang doch auch du scheiße alter zwei drohnen sind übrig da können sie kurz sein könnte meiner triple kill bitches triple kill aber oh gott das geht ja jetzt da oben ab alter ja da kommt grad voll das licht durch den schlitz durch von der rollo ja jetzt ist besser tut sogar steam anbieten über remote habe ich auch schon mal gemacht lag natürlich ein wenig musst du das spiel am rechner laufen haben dass du es am ende spielen kannst aber ich denke du leider no grid schöner schöner guter wind guter wind schöner shot wohl 60 damage nehmen wir mit woher gibt es auch kein bier gab es gestern drei weil gestern war wieder ein gottgleicher tage was stopp warte pass auf jetzt naja komm jetzt nein oh wird der shot geil gewesen alter oh manne ein bounce also abbauen schufe weniger kann ich ja nichts dafür ich wollte ja mal der feuerwehr anfangen ja da kam ja corona entschuldigung dass ich zu spät bin ich könnte ja jetzt auch in aber was bringt es denn mir alt ich mache doch alter war das ein glitsch holy shit alter what the fucking hell waren das ob das gesehnte sind knapp das tag sehen bei die kämmering im weg ja einer muss hier unten stehen gestern rein war aber ganz schlimm das war aber ein nice shot für das dass es first stage war war der ziemlich geil ob komm re da kommt wirklich re nein nein so easy ist wirklich so das scrimmage in cs ist eine kombination von allen rängen die es gibt du kannst eigentlich als scrimmage statt massiv spielen weil du kannst ja full squad silber team sein aber die gegner sind full global das kann passieren der wird nicht differenziert ich wollte noch sagen drifte überhaupt leider ohne flammen oder so aber hauptsache jetzt machen wir erstmal triple play ich könnte sogar quadra machen ich gehe mal durch was es nicht auf 2 hat mal drei das ist aber was ist denn das trippeln was hat denn da gefehlt was hat denn da gefehlt alter lol what the fuck alter aber ich mache einen hit mit einem one bounce mit einem black hole ich aber keiner sehen weil es komplett unübersichtlich wird Oh, 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 oh. Wer ist gar nicht gewesen, Alter? What the fuck?